Hallo an alle da draußen, ich bin's wieder, eure Luzi. Ja, weil ich immer wieder gefragt werde, wie die Ersatzkraft rechnerisch mit dem Kräfteparallelogramm bestimmt werden kann, habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein Video. Das Witzige ist ja, dass wir die analytische Lösung auch grafisch darstellen können. Und so wird es dann voll klar, was bei der Rechnung eigentlich passiert. Also, bleibt dran, denn in diesem Video erkläre ich euch, was das Kräfteparallelogramm ist und wie die analytische Lösung dazu aussieht, sprich, wie wir aus zwei Kräften eine Ersatzkraft zaubern. Okay, nochmal kurz zurück. Das Kräfteparallelogramm ist ja eines der Grundgesetze der Statik. Und wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja auch, dass wir Kräfte in ihre Komponenten zerlegen können. Mithilfe des Kräfteparallelogramms könnt ihr diesen Vorgang umkehren. Ihr addiert also zwei Kräfte zu einer Ersatzkraft. In einem anderen Video, da zeige ich, wie die Ersatzkraft rein grafisch ermittelt wird. Und zwar am Beispiel von Newtons Meerschweinchen Bruni und Siggi. Und die haben einen echt starken Fang gemacht. Das Gurkenglas-Beispiel, das bietet sich auch hier an. Es geht nämlich darum zu klären, in welche Richtung und mit welcher Kraft sich das Gurkenglas bewegt. Ah, äh, ich sehe gerade, Steffi fragt, ob denn was vorgegeben ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Kräfte F1 mit 9 Newton, das ist Siggi. Und F2 mit 6 Newton, das ist Bruni. Und die Winkel Alpha mit 25 Grad und Beta mit 5 Grad. Okay, die Skizze ist die Sprache der IngenieurInnen. Sie bildet also auch den Ausgangspunkt für die analytische Lösung. Das heißt, wir brauchen das Ersatzmodell und den Freischnitt. Dazu sollte es übrigens auch Videos in der BIP geben. Ähm, ich habe mich mal dran versucht, das entsprechende Ersatzmodell und den Freischnitt für das Gurkenglas zu skizzieren. Um von den Ausgangswerten zur Resultierenden zu kommen, müssen verschiedene Zwischenschritte vollzogen werden. Zuerst müssen die beiden Kräfte in ihre X- und Y-Komponenten zerlegt werden. Als nächstes werden die X- und Y-Komponenten jeweils zu den Ersatzkraftkomponenten zusammengefasst, aus denen dann am Ende die Resultierende und der Winkel der Resultierenden berechnet werden. Aber, okay, nochmal langsam. Das sind ja doch ganz schön viele Schritte, ne? In der analytischen Lösung müssen wir die Kraftvektoren zerlegen. Und da gibt's Videos en masse in der BIBO. Schaut doch mal nach. Für den ersten Vektor zeige ich's aber nochmal. Wir brauchen die Kraftkomponenten von F1 in X- und Y-Richtung. Ähm, ah, okay, Bianca möchte ein Koordinatensystem. Na klar, wird gemacht. Also, wir brauchen F1 in X und F1 in Y. Das Zerlegen machen wir mit den Winkelfunktionen Sinus und Kosinus. Hier nutzen wir gleich die Beträge, also ohne Vektorpfeil. Das bedeutet, Kosinus Alpha ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, also F1 in X, durch F1. Und Sinus Alpha ist gleich Gegenkathete durch Hypotenuse, also F1 in Y, durch F1. So, jetzt noch umstellen und dann einsetzen. Und für F1 in X erhalten wir 8,16 Newton und für F1 in Y 3,8 Newton. Das Gleiche machen wir dann für die Kraft F2. Das bedeutet, Kosinus Beta ist F2X durch F2 und Sinus Beta ist F2Y durch F2. Umstellen nach F2X und F2Y ergibt F2X gleich 5,98 Newton und F2Y ist 0,52 Newton. Jetzt werden wir die Einzelkraftkomponenten der jeweiligen Richtung addieren. Und das bedeutet, FRX ist gleich F1X plus F2X und FRY ist gleich F1Y minus F2Y. Und warum jetzt das Minus? Naja, das ist doch klar. Die Kraft F2Y zeigt ja in die negative Y-Richtung und das muss berücksichtigt werden. Für FRX bedeutet das 8,16 Newton plus 5,98 Newton und das sind 14,14 Newton. Und für FRY sind es 3,8 Newton minus 0,52 Newton und da erhalten wir 3,28 Newton. Hey, kommt ihr überhaupt noch mit? Ja? Okay. Weiter geht's! Aus den Kraftkomponenten machen wir jetzt die Ersatzkraft FR, die dann am Gurkenglas wirkt. Die Komponenten dieser Ersatzkraft FRX und FRY können dabei in beliebiger Reihenfolge eingetragen werden. Also entweder so oder so. Wir sehen, hier spannt sich wieder ein rechtwinkliges Dreieck auf. Sprich, wir können für die Ersatzkraft, welches die Hypotenuse ist, mit dem Satz des Pythagoras rechnen. Der Betrag der Ersatzkraft FR ist also gleich die Wurzel aus der Summe der Quadrate der Kraftkomponenten in X-Richtung und Y-Richtung. Und eingesetzt heißt das, FR ist gleich die Wurzel aus 14,14 Newton ins Quadrat plus 3,28 Newton ins Quadrat und das sind gleich 14,52 Newton. Äh, wie ihr dann den Winkel der Ersatzkraft berechnet? Oh, gute Frage, Elma! Das machen wir mit dem Arcus-Tangens. Ähm, bei unserem Beispiel ist der Winkel Omega, also der Arcus-Tangens von FRY durch FRX. Alles eingesetzt und ausgerechnet ergibt sich ein Winkel von rund 13 Grad. Okay, jetzt nochmal langsam zum Mitskribbeln. Wirken zwei Kräfte auf einen Körper ein, kann die Ersatzkraft durch das Kräfteparallelogramm ermittelt werden. Die Ersatzkraftkomponenten FRX und FRY werden dabei aus den Einzelkraftkomponenten F1X und F2X bzw. F1Y und F2Y berechnet. FRX ist gleich F1X plus F2Y und FRY ist gleich F1Y plus F2Y. Die Einzelkraftkomponenten werden mittels Sinus und Cosinus bestimmt. Also, F1X ist F1 mal Cosinus Alpha und F1Y ist gleich F1 mal Sinus Alpha. Mit dem Satz des Pythagoras kann aus den Ersatzkraftkomponenten die Ersatzkraft FR berechnet werden. FR ist gleich die Wurzel aus FRX ins Quadrat plus FRY ins Quadrat. Und mit dem Arcus-Tangens kann der Winkel Omega berechnet werden. Omega ist dann der Arcus-Tangens von FRY durch FRX. So, Freunde, das war ein ganz schöner Ritt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne eure Fragen und wie ihr es fandet in die Comments. Tschö und bis zum nächsten Mal!